Hallöchen und ein schnurzliches Willkommen zurück zu Dinke mit der lieben Dragomir. Ah, und dem verrückten Zauberer. Jetzt brauche ich nur noch so eine Zaubererkutte. Wir haben jetzt hier ganz viel Zeugs. Ja, er hat mir ganz, 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 ganz viel zu essen gekocht. Ach, das ist ja da hinten jetzt. Tja, mit der Tomate geht das nicht, mit dem Kürbis. Die Tomate? Huch, ich habe gerade ein Päckchen Zucker gekackt. Stopp! Ha, stopp! Danke! Da ist noch dein Zug, ey! Du pack doch da in die Kischt! Ach, den brauchst du gar nicht zum Kochen gerade, okay. Nee. So, und wer wollte noch das Etz? Die Grünheurisch. Die Vegetarierin. Rain. So. Jetzt sieht es noch viel... ...unnatürlicher aus. Wow. Ja. Aber... ...das mit dem Weg passt nicht hier. Nein, ich weiß. Irgendwann mache ich das nochmal anders. Wenn ich Bock habe. Irgendwann. Aua. Boots. Das ist mir hier komplett weggeschlonselt. Voll leise. WISERT. Ja. WSIER. Mir tun die Augen weh. Ich weiß gar nicht warum. Ich auch nicht. Fri-Win. Bitte was? Oben links neben der 13. Fri-Win. Welche 13? Na oben links in der Ecke. Fri-Win. Achso. Ja, wissen wir auch so ein Fri-Win, Alter. Fri-Win. Okay, ich kann das gar nicht weit draußen machen. Es reicht nicht. Es fehlen zwei. Oh, muss ich doch noch welche machen. Ja. Es ist so tight. Danke. 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 Du sollst da nicht durchlaufen. Dafür ist es nicht da, Oma. So, wollen wir gleich mal schlafen gehen? Jupp. Nichts ist schon da drin. Alter, Farming Level 12 einfach. Weil ich Mehl und Zucker gemacht habe. Ah, okay. Moin. Oh, ich habe Post. Meine Kiste kriege ich zurück. Oh, ich kann immer noch nie ernten. Nein. 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 Ich kann nicht mehr an den Briefkasten. Oh, guck mal. Was? Ich habe uns einen Hund gefangen. Auch. Würdest du dich gleich um die Tiere kümmern? Ja, mache ich gleich. Gibt es was Neues? Was? Glowing Groko Capture Reward? Als ob ich in die Mine gehe und da so ein Krokodil fange. Warum nicht? Ist sicher nicht so schwer. Kannst du da annehmen und wenn wir das nächste Mal da sind, fangen wir einfach eins. Okay, probieren wir es aus dann. So, tschüss Hundi. Ja, jetzt geht es auch wieder. Hä, ich verstehe es nicht. Ich glaube, manchmal ist das so ein bisschen buggy. Manchmal? Ja. Oh, ich kann, wir können wieder Dingensen. Dingensen. Ja. Wolle. Ja, das kann man jeden Tag, Schnucki. Ach echt? Man kann die Wolle auch jeden Tag nehmen? Okay. Ja. Ja, wie gesagt, bin das nicht gewohnt, dass man das jeden Tag machen kann. Überall ich kacke. Scheiße, ey. milken, scheren. Oh, high quality milk. Was? Ich habe high quality milk, habe ich gekriegt. Oh, die Kieche, die ich gemacht habe, gibt dir fünf Minuten Logging-Buff und Mining-Buff. Ja. Da hat, die haben ein paar Puffs mit bei. Oh, gibt das dann high quality G's, wenn ich den in die, in die, in die Schneemaschine packe, ja. Brave Schnuckiputzis. Was ist denn ein G's? Was, ein G's? Du hast doch gerade gesagt, high quality G's. Was ist das? High quality G's. Ach, Käse. Ja. Ja, gib dann high quality G's. High quality G's. Ich hole mich immer wieder milk. Milk. Schnucki, wir haben schon lang nix mal bei dir gekauft, ne? Er ist voller oldschool geworden. Was ist das für ein Ding jetzt? Majors out tiles. Ich glaube, ich möchte die Deep Mining-License noch nicht holen. Ich gucke mal, was ich mir stattdessen holen kann. Siehst du das? Ich bin gar nicht bei dir. Water scaping. Building. Farming. Oh, geil, ne Kupferkanne. Oh. Oh, kannst du herstellen? Ja. Wow. Kannst bestimmt mehr auf einmal gießen. Ja. Hoffe ich. Logging brauche ich nicht unbedingt. Hast du... ...das Metall-Detecting-Dings mal auf Stufe 2 gebracht? Das geht nicht auf Stufe 2. Doch. Nein. Ja, doch. Dann erzähl mal mal wie. Naja, auswählen. Habe ich gerade. Naja, das... Achso, das auf Stufe 2. Ja, das habe ich. Da siehst du dann diese... ...diese Löcher im Boden. Siehst du das hier am Boden? Was? Okay, du siehst es nicht. Äh, guck mal. Und jetzt? Ja, da kannst du die Blöcke halt abmessen. Unnütz. Hier. Hallo. Ja. War halt dein Quatsch. Das ist bestimmt irgendwann mal nützlich. Wenn man mal was abmessen muss. Ähm... Oh, was wollte ich jetzt tun? I do not knuff anymore. I do not knuff anymore. Ähm... Oh, guck mal. Eine Augenklappe. Guck da. Augenklappe, ja. Ah, ich habe kein Geld mehr. Oh. Oh, warte. Nimm ich ein Kleid. Süß. Da. Uh. Danke. Bitte. Fehlt mir noch einen Piratenhut. Die Piratenhose kannst du da geben. Arrr. Warum sieht die Schere, die da liegt, irgendwie anders aus, als die, die in der Kiste liegt? Weiß ich nicht. Kauf sie doch und find's raus. Ja, jetzt, jetzt sieht sie genauso aus, wie die, wo in der Kiste. Hä? Das ist ja strange. Wenn ich so, wenn ich sie in der Hand habe, sieht sie aus wie eine normale Schere, aber das Icon ist irgendwie komplett anders. Strange. Oh, der erste Baum da vorne ist groß. Die anderen, glaube ich, sind doch nicht ganz so groß. Und Obst ist da auch noch nirgends dran. Ja, irgendwas Neues hat die Alta auch nicht im Angebot an Obst und Gemüse. Was hast du jetzt abgegeben? Ach, wollte der mal wieder einen Hexenhut. Äh, nee, Quatsch. Er hat einen Hexenhut. Hi. Hi. Hex, Hex. Jetzt haben wir dreimal diesen Strohhut. Wow. Die Hexe in Flipflops. Der Hexer in Piratenhosen. Und Ninja-Shirt. Und Ninja-Shirt. Blue Moon Butterfly. Da hinten ist der Blue Moon Butterfly. Oma, das war ein richtig easy Job, Alter. Ein Job für John. Ein gigantischer easy Job. Nicht Job. 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 Für John. Genau, sagte ich ja. Du bist. Rintinti-titi-ti. Oh. Rintinti-ti-ti. Rintinti-ti. Rinti-ti-ti. Du bist mir auch so, nur Rinti-ti-ti-ti. Rinti-ti-ti. Okay. Ja genau, meine Maruschel noch verkaufen. Ich bin so dumm. Warum? Ach, weil ich falsch gelesen habe. Erwin. Hier hast du deinen Palmwut. Deine gewutete Palme. Ähm, ein Tellerstapel. Danke, Erwin. Sehr nett, Erwin. 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 mit den Reitvogel knuddeln. Ja. Ey, ich wusste es. Oh, gleich 3000. Oh, ich wusste es, ich wusste es. Was ist 3000? Meine Punkte. Oh. So, mal gucken. Was tue ich mir denn gönnen? Oh. 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 Yo. Yo. Sehr sexy. Vor allem die Schuhe. Die Oma haut schon ab. Pling. Nicht weinen. So, ich stille mal da. Ja. Dieses Arschnase geht nie wieder weg. Jetzt haben wir jetzt den Rest des Let's Plays hier. Ne, meinst du schon wieder weggetan? John, du darfst kein Feierabend machen. Nein, John, nein, John, nein, nein, nein. Ja, ich hab den jetzt die ganze Zeit angelabert. Was hast du gelabert? Ich verwickel den jetzt die ganze Zeit in ein Gespräch. Dauerhaft. Den Rest seines Lebens. Sünde. Warum bist du auf unserem Dach? Ich hab da ein Vogel gesehen. Mach die Blümische kaputt. Mach dich gleich kaputt. Huch. Du hast so viel Geld, ne? Nö. Ups. Aber ich hab gedacht, wenn wir dann nachher die Möglichkeit haben, soll ja jeder einen Hund kriegen. Vorausgesetzt, wir finden hier mal zwei Halsbänder. Ich hätte gerne einen pinken Hund. Gute Nacht. So kriegt man die Gute ins Bett. Ach, ja. Ja, und in diesem Sinne, glaube ich, sage ich mal Tschüss. Und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme. Also Tschüss. Tschaui.